So, sag mal was zur Suppe. Suppe kocht nicht. Das ist Zwiebelscheiße. Das ist Pastasohne. Das ist ein Wassertopf, der nicht kocht. Und das ist Pastasohne. Wir müssen mal schneiden. Wir nehmen ja ein bisschen Geld dafür. Ach so, für die ... Ja, erstmal natürlich. So, allgemein. L.L. Habener. L.L. Habener. Krieg zu uns, L.L. Habener. Konfuzio sagt, umtauscht null mit Kassenbonk. L.L. Habener. L.L. Habener.